Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GOMO. Wir sind hier immer noch im Weltall und wir versuchen jetzt hier oben hinzukommen. Und da haben wir Steine und die werfen wir einfach mal da drauf und was passiert jetzt? Dong. Und wir haben die abgeworfen. Ob die das so toll finden? Nochmal. Los noch einmal. Dong. Yay. Wir sind da oben. Und schön oben bleiben. Okay. Wuff, wuff, wuff. Da flitzt der Saturn. Yay. Wir haben getauscht. Okay. Yay. Wow. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch schon am Ende des Spiels. Oder? Oder nicht? Oder passiert noch was? Scheinbar können wir hier den Kristall nehmen. Und wir haben unseren Hund wieder. Und fliegen mit dem Raumschiff zurück. Zur Erde. Jo. Und. Da. Sind wir. Wieder daheim. Da. Packen wir doch mal das Geschenk aus. Oh mein Gott. Ja. Und damit haben wir Gomo durchgespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach einen Kommentar dazu da, wie ihr das Spiel so fandet. Ähm. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weil mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ähm. Ich fand das ganz schön gemacht. Dieses, dieses Zeichnerische daran. Und dass er ab und zu mal diese, diese, ja, das mit den Alienrobotern und dann diese Atombombe, dass da sowas kam, was man gar nicht erwartet hätte. Oder in dem Aquarium. Dieser kleine Fisch, der da schwamm und dann die Piranhas hinterher. Sowas. Das fand ich, ich mag so Kleinigkeiten, die eigentlich nicht viel, ähm, beitragen, sondern einfach nur da sind. Also, sowas kann ich immer ganz gut leiden. Gut, äh, ja. Und. Mal sehen, wir klicken hier nochmal. Mal sehen. Mal sehen. Klick hier. 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 Okay. Was ist das denn hier noch? Mhm. Eins. Hier. Mönt ihr das von selbst oder muss ich was machen? ja na gut das ist wunderschön so was so was mag ich also von der sache her ja wahnsinn das ist bitte die 8 ich trau mich kaum drauf zu klicken gute wahl okay dann war es das wohl wie geht es noch zum credits die schauen wir uns natürlich auch noch an einfach der sache wegen weil das die leute sind die daran mitgearbeitet haben hier für alle die es interessiert die können sich das hier jetzt durchlesen macht einfach auf stopp oder ich lasse es jetzt noch mal zeit laufen da steht es auf jeden fall also es war ein sehr schönes spiel und ich denke in zukunft wird öfter mal das eine oder andere ähnliche kommen ja was weiß ich noch nicht aber ich werde auf jeden fall ein paar spiele anspielen ich werde ein paar minecraft rpg server spielen oder star wars spiel wahrscheinlich mal sehen was das jahr 2015 so bringt und ob da was dabei ist was mir gefällt und was sie spielen kann das wäre es eigentlich auch schon das waren die credits hier hier nochmal zurück hier ist nichts noch was man machen kann na gut gut dann hoffe ich dass es euch gefallen hat und wir sehen uns in einem anderen let's play wieder oder in vielleicht einem real life video sehen was so kommt bis dann tschüss